Diese zu erwerbende neuwertige Sechszimmer-Doppelhaushälfte liegt in Münster. Das Objekt ist barrierefrei zugänglich. Das im Jahr 2010 erbaute Gebäude verfügt über drei Etagen. Es wird über eine Erdwärmezentralheizung beheizt. Das Haus ist barrierefrei zugänglich. Das Objekt verfügt über einen Garagenparkplatz. Es hat vier Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 351 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 166 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 415.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.